Hallo, ich bin Simon Hitzinger, 21 Jahre alt, wohne in Basel und arbeite im Radio X. Vor drei Jahren bin ich an einer Party vom Balkon gestürzt, zwölf Meter, und bin seither eine Querschnitt gelähmt. Brustkrab, Arbeit, spüre ich nichts mehr, kann ich nichts mehr bewegen. Meine Einschränkungen dadurch sind natürlich, dass es nicht laufen kann, aber ansonsten ich habe meine eigene Wohnung, einen Ausgang, ich habe mein Handbike, ich kann unterwegs sein, ich kann reisen gehen. Es gibt Dinge, die auf jeden Fall komplizierter sind und man braucht teilweise mehr Zeit, aber sonst bin ich nicht unglaublich eingeschränkt. Ich habe durch meinen Unfall gelernt, im Moment zu leben, weil ich gemerkt habe, wie schnell es kann gehen, dass alles vorbei ist. Wenn es mir mal nicht gut geht oder ich mal nicht tief bin, greife ich oft zurück auf schöne Erinnerungen. Weil da kann man das Gefühl, alle wieder erleben auf einem schönen Erlebnis und nachdem wieder ein Lachen im Gesicht. Der Hitze ist ein lebensfroher Mensch, der die Leute in seiner Umgebung mit seiner Fröhlichkeit und mit Farbigkeit ansteckt. Der Simon sollte darum Botschafter werden, weil er einfach ganz gut aufzeigt, wie man das Leben gut leben kann, auch wenn nicht alles gut ist und einfach ist. Mein größter Wunsch ist, jetzt wieder zu laufen. Und ich wünsche mir auch, dass ich mehr Menschen die Lachen auf der Strasse sehen.